Was wollen wir werden? A-Player! Endlich geht's los mit dem Leadership-Programm. Komm mit! Ziel des Leadership-Programms A-Player ist, die Auszubildenden für die Zukunft fit zu machen. Worum geht's in den Modulen? Motivation, Inspiration, Stolz zu kultivieren, Dankbarkeit und natürlich Selbstbewusstsein. Dir deiner selbst bewusst zu sein, damit du auch wirklich das erreichst, was du dir über die ganzen Jahre während der Ausbildung vorgenommen hast. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass im Elternhaus oder in den Schulen so etwas vermittelt wird. Deswegen haben wir es gesagt, wir machen das als parallele Ausbildung zur beruflichen Ausbildung. Also ich sehe jeden Tag unsere Auszubildenden bei der Arbeit. Ich sehe, was sie schon leisten, aber ich sehe auch die Lücken, die noch fehlen. Und genau deswegen haben wir dieses Programm entwickelt, um diese Lücken zu schließen. Und dafür haben wir eingeladen Unternehmer, Speaker, Trainer, Persönlichkeiten, die in ihrem eigenen Leben schon sehr, sehr viel erreicht haben, mittlerweile schon andere Leute groß gemacht haben. Wer musst du sein, um eben genau das zu bekommen, was du möchtest? Ich finde es cool, dass im A-Player-Programm Themen angesprochen werden, die sonst im Alltag des Lebens nicht behandelt werden. Dass wir viel über Disziplin und über unsere Pünktlichkeit geredet haben und auch über unsere Zukunft und über Probleme geredet haben. Ich fand es schön, andere Azubis kennenzulernen aus anderen Standorten. Es war cool, dass wir viel über Ziele erfahren haben und wie wir unsere Ziele erreichen können. Ich fand den Austausch mit den anderen Azubis heute ganz toll. Gerade die Jugendlichen mussten in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel entbehren. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt mal nach vorne schauen. Wir wollen Positives, damit sie wieder Spaß und Freude an der Arbeit haben. Wir machen es jetzt besser und gehen schon ganz früh auf die Menschen zu. Wir möchten, dass ihr glückliche, zufriedene Menschen werdet. Wir möchten, dass ihr glückliche, zufriedene Menschen werdet.